Herzlich Willkommen zurück zu Everspace. Nachdem wir beim letzten Versuch hier ziemlich weit gekommen sind, habe ich mich noch mal herangesetzt und einige Zeit geübt, vor allem mit dem Colonial Interceptor hier, und bin da bis ins letzte System gekommen. Natürlich war das ausserhalb der Aufnahme. Ich würde sagen, wir versuchen das jetzt zu wiederholen. Oh, sehr gut. Ein Start gleich mit dem Frontier Generator, weil der ist essentiell für den Colonial Interceptor. Wir starten auf normal. Und werden gleich schon begrüsst. Oh, das waren etwas viele Meldungen. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen in Deckung. Fängt ja schon gut an hier. Ich starte hier mal alles ein hier. Und da war es nur noch einer. Wer einfach nicht draufgehen will. Nein, endlich. Hui, war ja ein hübsches Start hier. Das Ausfit hat mir ja schon das ganze System erledigt. Bis auf den einen hier. Wollen wir das gleich noch nach. Okay, das war jetzt etwas schwach von dem. Das ist das Coole am Front Shield. Alle Schatten von vorne wird geblockt, aber wie ihr seht, sind wir von der Seite und von hinten verfumpbar. Mein Time Extender. Bin ich jetzt nicht so der Fan davon. So, etwas Energie regenerieren. Ui. Wieder unsichtbar. Sollte das so sein? Ist etwas schwierig zu bekämpfen. Ähm. Ich denke nicht, dass das so gewollt ist. Es gibt zwar unsichtbare Gegner, aber irgendeinen, der so schnell fliegt, den du nur siehst während dem Ballern, habe ich nicht wirklich eine Chance. Ich glaube, ich ignoriere mal gepflegt. Ich will alles einsammeln. Ich hoffe, der taucht nicht wieder auf. Ich hoffe, der taucht nicht wieder auf. Wie ist es aussieht, können wir schon das System verlassen. Und da ist ein Geist. Ich glaube, ich glaube, ich gehe über den Händler hier unten. Was am wichtigsten ist, was wir finden müssen, ist Dark Matter und Dark Energy. Dann können wir uns ein besseres Front Shield, einen besseren Front Shield Generator bauen. Einen besseren Weapon Overdrive. Den hier. Jede Menge Kristall, so gefällt mir das. Ein Scan. Ein Pound. Sieht da jetzt schon mal nicht schlecht aus mit den Ressourcen. Da ist noch was. Wo kommen die jetzt? Ähm. Ist der gerade... Der ist gerade auf den Asteroid geblieben. Heute scheint er irgendwie etwas ein bisschen verpackt zu sein. Eigentlich unüblich für dieses Spiel. Noch mehr Scanning-Probes nehme ich sehr gerne. Hätte ich so oder so nachbauen müssen. Ich glaube, wir unterstützen da mal GMP. Ich bin ja gut. Ich bin ja gut. Die Anfangssysteme sind aber auch wirklich etwas leer von der Ausbote her. Dann hat es nur noch die Kiste oder was? Ein Prozessor. Aber wir kommen schon mal gut voran. Obligatorisches Scan. Da hinten kämpft was. Schauen wir mal. Wie sieht es mit den Ressourcen aus? Nicht schlecht. Wir haben eigentlich schon von den Grundressourcen... Eigentlich alles, wenn ich auch gerne noch mehr Powercellen und Prozessoren hätte. Und Gas natürlich. Aber das Wichtigste ist ja wirklich dunkle Materie und dunkle Energie. Damit könnten wir... Schauen wir gleich mal. Front Shield Generator Mark III. Hierfür brauchen wir beides. Und natürlich Energize Boost. Brauchen wir auch Dark Energy. Und der Weapon Overdrive Mark III. Brauchen wir auch beides. Das heisst also, je mehr wir von dem finden, desto besser. Dann wäre der Trader. Dann auf ne Piratenbasis. Ja, sieht so aus. Sehr gut. Da gibt es immer viele Ressourcen von den Turrets. Das Energie aufladen. Und da haben wir schon Powercells. Noch ein paar Prozessoren und ich bin glücklich. Vielleicht haben wir aber ein Trader Glück. Kristalle. Haben wir zwar genug, aber... Schaden tut es ja nie. Nein. Nein. Energy Injector. Ah, schade. Eigentlich alles nur Mist hier. Aber... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die machen mir keine Angst Ich sehe nichts Das Problem an diesem Front Shield Generator ist ein bisschen, dass man nicht mehr allzu viel sieht Wenn da noch eine Explosion dazu kommt Was haben wir hier sonst noch? Ein paar Container Erz Container Ocar Tech Schauen wir mal da vorbei Da fehlt irgendwie die Gegenwehr Gas Würde ich gerne noch etwas mehr mitnehmen Aber ich erwarten will ich jetzt auch nicht Kämpfen immer noch? Mischen wir mal mit Ocar ist gefährlicher Siehst du, so schnell geht das, wenn man sich ein bisschen anstrengt Shield X10 Nein, ich bleib am grossen Einschränkungen Mehr Lüt für mich Ich glaube, ich muss mir noch den Energize Boost bauen. Brauchen wir später, um abhauen zu können. Aber er ist natürlich auch nützlich für diese langen Wege hier. Damit hätten wir das System auch schon wieder. Ich glaube, ich nehme noch den Container von GNP mit. Wenn die mich jetzt natürlich nicht mehr mögen. Shield Booster. Würde ich eigentlich bevorzugen. Den Rest hier hätte ich allerdings auch noch gerne. Wobei das Nano-Kit brauchen wir eigentlich nicht. Das hat nicht ganz so geklappt mit der Verteidigung. Ja, das war doch ein guter Start. Schauen wir, was der nächste Sektor bringt. Irgendwas hat mich bemerkt. Sind es tatsächlich die? Ich kann auch mit Raketen schießen. Oh, ne Schock-Rifle. Das gefällt mir doch. Wir haben schon eine Schock-Rifle aufgenommen und ich habe das nicht mal bemerkt. So besser. Gar nicht verbessert. Was hat die drin? Critical Hit Chance Mod Mark 2. Naja. War das beim GNP-Container von vorhin? Muss wohl sein. Hatte ich jetzt nicht wirklich die Zeit, lange darauf zu schauen, was die da kriegen. Kein Loot. Schade. Und hier sammeln. Beam Laser. Ja. Nicht unbedingt. Wenn schon, dann die Version 2 da. Die macht mir Schaden. Das war jetzt etwas unnütz. Gut. Dann bauen wir mal einen Energized Boost. Können wir schon eine verbesserte Version bauen? Sieht nicht so aus, aber die eine reicht mir momentan. Können wir hier mal etwas schneller voran. Na klar. Jetzt finden wir einen Energized Boost. Direkt nachdem ich einen geballt habe. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Oder gibt es hier noch mal einen Eingang hier oben? Wie komme ich da hin? Dann machen wir es auch schon wieder mit diesem System. Welche Route nehmen wir? Natürliche Hindernisse. Aber hier könnte man handeln. Dafür ist das etwas gefährlicher. Na gut, das hatten wir ja nicht wirklich Probleme. So gefährlich sieht es das Ganze noch nicht aus. Wir werden mal ein paar Scanning-Probes bauen. Oder nur eine. Die sind noch etwas schwach am Gas. Enemies in range. Die sind noch etwas schwach. Zu schade, dass diese Drohnen nicht etwas früher hier waren. So waren sie komplett nutzlos für den Gegner. Reddits, Treibstoff und Gel. Oh, Gas. Sehr schön. Und eine Korvette. Gefällt mir. Die nehmen wir gleich auseinander. Zuerst das Gas. Und das Handeln. Eigentlich könnte ich danach handeln. Dann kann ich gleich mein Schiff reparieren, falls ich hier Schaden kriege. Zuerst mal die Scan-Drohnen erledigen. Aus der Ferne natürlich. Ich siehst aber auch fast das Rot nicht. Und noch die hier. Gut. Habe ich irgendwas Energiemässiges? Nein. Regenerieren wir noch schnell. Werden wir die Drohnen auseinander nehmen. Ich glaube, Dromchi Generator ist hier gut. Dann noch den Weapon-Overdrive. Und auch schon das Schild unten. Sollte er reichen. Gehe ich mal auf Entfernung, bis ich wieder etwas Energie habe. Da muss der Front-Sheet-Generator mit einsatzfähig ist. Komm schon Energie. Gut. Ah, der ist noch nicht ganz bereit. Gut. Schilde sind unten. Jetzt der Overdrive. Auto ja gerade für uns ab. Eine Korvette weniger. Irgendwas ist aber gerade noch reingesprungen. Das ist jetzt unglücklich. Mit Glück haben wir noch keinen Energies-Boost. Oh boy. Da drin zu bleiben, wäre jetzt wirklich nicht gut gewesen. Was ist so? Klappt das ja ganz gut. Mein Schild haben wir schon. Shield Disruptor. Ja, da ist das der Time Extender. Gibt es noch etwas Gas? Wir werden das System auch schon wieder. Aber noch schnell bei der Station vorbeischauen. Und wo war die jetzt? Da hinten. Hm, gerade rechtzeitig ich sehe. Jetzt frieren wir schnell den kleinen Schaden, den wir da bei der Flucht bekommen haben. So, was haben wir? Oh, dunkle Materie. Perfekt. Darauf habe ich gehofft. Hm, noch etwas Plasma. Ah ja, warum nicht? 10 No Credits. Dann noch Treibstoff und dann schnell weg. Ihr seid zu spät. Einτ ... ... ... ...